Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von KAI Report Online. Wir sind heute auf der Rheinland-Pfalz-Ausstellung in Mainz und gucken mal was wir hier so machen können. Was ich schon entdeckt habe ist der Offroad-Parcours von Mitsubishi Motors. Mal gucken ob wir da eine Runde mitfahren können. Ich habe die 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 Runde mitfahren können. Während er sleeve ist, die Runde placed half Hugo Vors tasks quantitiert Untertitelung. BR 2018 Der neue Jeep Grand Cherokee. Jetzt sitze ich nicht in einem neumodischen SUV, nein das ist ein echter Geländewaren Jeep Wrangler. Eins, zwei... Untertitelung. BR 2018